Ich lese heute wieder durch den Bildschirm deine Gedanken. Merk dir mal eins dieser vier Emojis, okay? Leg deinen Finger auf dein Emoji. Du darfst deinen Finger gleich bewegen. Oben, unten, links, rechts, fort, zurück. Wie du möchtest, nur nicht schräg. Keine diagonalen Bewegungen. Bewegt deinen Finger viermal. Eins, zwei, drei, vier. Da bist du nicht mehr. Wir machen es schwerer. Bewegt deinen Finger fünfmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da bist du nicht mehr. Bewegt deinen Finger zweimal. Eins, zwei. Es könnte sein, dass du jetzt vor und zurück gegangen bist. Aber hier bist du nicht mehr. Er bewegt deinen Finger dreimal. Eins, zwei, drei. Du bist nicht mehr hier. Und auch nicht mehr hier. Bewegt deinen Finger dreimal. Eins, zwei, drei. Da bist du nicht mehr. Jetzt bleibt nicht mehr viel übrig. Bewegt deinen Finger ein letztes Mal. Eins. Dann bist du nämlich nicht mehr hier. Und auch nicht mehr hier. Das ist dein Emoji. Like das Video und lass doch gern ein Follow da, wenn ich richtig lag. Und schreib mir in die Kommentare, was war dein Anfangs-Emoji?